So Freunde, noch scheint die Sonne, blauer Himmel. Ein bisschen Wasser ist auch schon drin, aber wenn wir uns mal nach hinten bewegen. Ah, das sieht ein bisschen dunkler aus. Rein theoretisch sollte heute noch was runterkommen, richtig heftig. Ich bin gespannt, ich habe mein Rohr angeschlossen. Mal sehen, ob ich ein bisschen Wasser abgreifen kann vom Regen. Was hier runterläuft und dann direkt hier rein. Weil, sonst kriegt man das Ding nie voll. Es ist schon ganz gut gefüllt, aber es könnte noch ein bisschen mehr sein. Ich meine ja, im Moment ist es braun. Das liegt aber daran, dass wir gerade frisches Salz reingemacht haben. Und unsere Salzanlage das in den Chlor umwandelt. Und deswegen gibt es hier eine chemische Reaktion. Aber in ein paar Tagen ist das wieder klar. Es gibt den Mythos Vitamin C. Ja, alles schon probiert, funktioniert. Aber der Nachteil von Vitamin C ist, es ist ein Algenbooster. Also es sieht nur kurz schön aus. Nach hinten raus habt ihr nur Probleme damit. Und ihr kriegt das Vitamin C auch nicht mehr aus dem Wasser. Also Finger weg davon. Lieber einen ordentlichen Filter holen. Ich habe einen Sandfilter. Und dann funktioniert das so ganz gut. Na, wir lassen uns mal überraschen, was hier so runterkommt heute. Okay. Okay. Okay.